Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spiels Kanal. Ihr habt es euch alle gewünscht, Kevin kannst du bitte mal StumbleGuys in einem extra Video separat spielen. Und genau das werden wir heute machen. Ihr habt es wirklich euch alle gewünscht, deswegen gebt jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, ob ich vielleicht jetzt öfter mal StumbleGuys bringen soll. Ich habe das Game, wie gesagt, schon ein paar Mal gespielt in so Videos, wo ich halt so andere Games auch dann noch gezockt habe, aber ganz viele haben StumbleGuys sehr gefeiert. Und ich habe mir jetzt erstmal vorgenommen, dass wir jetzt erstmal einen guten Namen festlegen. So, wir nennen uns jetzt einfach mal erstmal Flash Games YT. Ah, perfekt. Okay, der Name ist sogar noch frei. So, dann haben wir hier einen Shop. Da gibt es auch zum Beispiel irgendwelche Sachen. Hier, hier. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen ähnlich zu Brawl Stars, das kann man schon mal sagen. Dann gibt es ja auch so kostenlose Preise. Lol. Einfach mal so ein Glücksrad. Wie cool. Vielleicht kriege ich ja so ein Skin oder so. Gönn-Skin, Bruder! Zehn Juwelen! Okay, nehme ich. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Okay, dann haben wir hier noch so Personalisierungssachen. Aber ich habe halt einfach keine Skins. Ich habe bisher nur ihn. Ah, ich kann meine Hautfarbe ändern. Lol. Und ich kann so ein Emote machen. Ah, okay. Ah, Sieger-Animation. Lauf-Animation. Kann ich auch meine Cap ändern? Ja, nee, ne. Ich kann nur meine Hautfarbe ändern. Ich kann auch blau sein. Okay, nee. Ich bleibe einfach so ganz normal. Haben wir hier noch so den Stumble Guys Pass. Okay. Ich würde sagen, wir laden uns einfach mal ein paar Juwelen auf. Ich lade jetzt einfach mal für... Ich lade jetzt einfach mal für... Was lade ich auf? Wie viel lade ich auf? Für 20 Euro. Okay, wir haben jetzt einfach mal das gekauft. Und jetzt kaufen wir uns auch noch dieses Sonderangebot hier. Dann haben wir auch keine Werbung mehr. Beziehungsweise sollten wir keine Werbung mehr haben. So. Und was kriegen wir jetzt? Erstmal Juwelen. Und wir sollten noch einmal... Ah, wir haben noch ein kostenloses Freispiel. Let's go. Und bitte Skin, bitte Skin, bitte Skin, bitte Skin, bitte Skin, bitte Skin, bitte Skin. Komm, Johnny. Nein. Ey, ich hätte sogar auch einen gewöhnlichen Skin genommen. Okay. Aber ich will jetzt mal so einen epischen Skin. Menge... Ah, man kann ja auch mehrere Kisten auf einmal aufmachen. Lol. Also, wir haben mal zwei auf. Lol, es gibt auch legendäre Skins. Lol, wir haben so einen Löwen. Wie cool. Oh mein Gott. Oh, und so eine Prinzessin. Aber der Löwe ist ja super geil. Oh mein Gott, der Löwe ist unnormal cool. Wir nehmen den Löwen. Okay, wir können nur den Löwen so auswählen. Und mal verwenden. Ändert sich hier überhaupt die Farbe? Ne, die Farbe ändert sich nicht. Emotes. Wie kriegen wir denn neue Emotes, ist die Frage. Und wie kriegen wir so neue Animationen? Wahrscheinlich im Pass hier, ne? Wir aktivieren... Alter, 1200 Münzen kostet der. Okay, wir haben den jetzt einfach mal aktiviert. Okay, wir gehen jetzt einfach mal nochmal eine Runde rein. Let's go. Also, ich muss schon sagen, das Spiel ist schon echt ganz cool. So, okay. Also, ich bin ehrlich mit euch, Freunde. Das Spiel ist schon echt sehr, sehr cool. Oh, ich wurde einfach weggekickt. Die Male, wo ich das mal gezockt habe, hat das auch mir... Hä? Hat mir das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tja, was ist das hier eigentlich? Oh, wir müssen uns jetzt konzentrieren. Oh. 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 Oh, wir sind schon relativ weit. Das ist ganz gut. Ja. 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 Let's go. Nice. Okay, sehr schön. Wir sind auf jeden Fall als Elfter ans Ziel gekommen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer von euch zockt Stumblegeist. Würde mich mal sehr interessieren. Und die weitere Frage ist, kann ich das eigentlich auch mit anderen zocken? Oder kann man das immer nur solo zocken? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das irgendwie mit Freunden zocken kann. So. Was ist das hier? Das kenne ich gar nicht. Bombardement. Fall nicht. Leute, das sind so Haie. Hä? Wie geht das? Ich kenne das Spiel nicht. Ah, da kommen so Bomben. Explodieren die? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, die explodieren. Oh. Noch lebe ich. Ich lebe immer noch. Nice. Oh. Oh, ich lebe immer noch. Ich glaube, jetzt erst mal hier am Rand stehen. Ja, ich habe mich qualifiziert. Let's go. Die meiste Zeit stand ich einfach nur rum. Perfekt. Okay, Finale. Komm schon. Jetzt soll ich meinen ersten Stumbleguys winnen. Ey, ich habe ein gutes Gefühl gerade irgendwie. Komm schon. Ich schaffe das, Freunde. Drückt mir die Daumen. Oh, okay. Honeydrop. Fall nicht. Okay, wahrscheinlich müssen wir uns die ganze Zeit probieren, oben zu halten, würde ich mal schätzen. Und der Boden unter unseren Füßen geht wahrscheinlich weg. Ja, genau. Das ist der Fall. Oh. Okay, ich bin sogar noch gut oben. Das ist ganz gut. So. Nein. Nein. Oh mein Gott, ich bin so weit runtergefallen. No. Was? Ich bin der Erste, der runtergefallen ist. Nein. Ey, Digga. Was ist das für ein Tryharder? Oh mein Gott, der ist aber auch raus. Nein. Oh mein Gott. Er hat das Spiel gewonnen. Kriegt man denn nur Punkte für den Brawl Pass, wenn man gewinnt? Ich habe verstanden, dass er gewonnen hat. Was kriege ich jetzt? Haben wir jetzt hier im Brawl Pass Fortschritte gemacht? LOL. Okay. Wir kriegen einen Skin wieder. Gönn legendär. Oh nein. Oh, aber wir haben den Hai. Der Hai ist ja auch cool. Megalodon. Alter, der Hai ist auch übertrieben nice. Den haben wir auch nochmal. Gewöhnlich oder besser? Gönn. Ungewöhnlich. Okay. Der Ranger King. Der ist auch cool. Okay. Wir gehen nochmal in die nächste Runde, Freunde. Ich will Erster werden. Oh, okay. Das habe ich schon mal gezockt. Oh, ich muss schon sein. Der Hai ist schon sehr cool. Boing. Boing. Oh. Boing. Oh nein. Nicht in das Loch fallen. Ich bin ins Loch gefallen. Oh. Ey, Bruder. Hallo. Diesmal laufe ich hier unten lang. Oh. Nein, lass mich. Ja. Ui. Digga hat mich voll rübergehauen. Ja. Let's go. Ich bin qualifiziert. Okay. Das erste Game ist immer relativ easy. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Okay. Aktuell sind erst sieben Leute qualifiziert. Die sind alle voll lost irgendwie, oder? Kommen wir ihnen mal zu. Was machst du, Bruder? Die, die den... Ich denke mal, die, die einen Skin haben, die müssen noch einigermaßen das Spiel schon können, oder nicht? Ne. Anscheinend nicht. Okay. Nächste Runde. Hoffentlich nicht Fußball. Fußball habe ich letztes Mal verkackt. Wuhu. Oh. Was ist das denn? Erreiche die Ziellinie. Tile Fall. Ah. Das habe ich auch schon mal einmal gezockt. Oh. Okay. Hier ist der richtige Weg. Ah. Nein. Wo ist denn der richtige Weg jetzt? Hier. Hier. Oh. Da ist der richtige Weg. So. Geh. Ich will nicht gehen. Oh. 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 Komm. Geh. Nein. Ich war doch von so viel. Oh mein Gott. Oh Gott. Du. Loop. Ich renne einfach an dir vorbei. Ey. Mann. Das war aber auch knapp. Ey. So. Schafft er es hier noch? Ne. Der schafft es safe nicht. Leuer ist einfach. Er ist einfach glaube ich Neymar oder so, oder? Okay. Acht Leute leben wieder noch. Komm schon. Jetzt. Jetzt hol ich den Sieg. Los. Push dich Kevin. Jetzt schaffen wir das. Oh. Laser. Laser Tracer. Vermeide den Laser. Okay. Sehr gut. Wir müssen den Lasern ausweichen. Boing. Oh. 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 Ich muss gewinnen. Ja. Nur noch ein anderer. Mit der Finale. Ja. Ich habe es geschafft. Habe ich gewonnen? Ja. Let's go. Ja. Ja. Hä? Was ist denn jetzt los? Fehler? Ihr wollt mich doch hops nehmen, oder? Habe ich jetzt nicht die Runde gewonnen? Ihr wollt mich doch komplett hops nehmen, oder? Ihr wollt mich doch komplett hops nehmen. Ich habe die Runde gewonnen, aber ich habe die Punkte nicht bekommen. Freunde, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, lasst ein Like, da das war es wirklich komplett. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.